Radio Österreich International Radio Austria International Radio Trich International Radio Austria International Montag, der 4. November, guten Morgen. Hunderte Auer-Mitarbeiter bangen um ihre Jobs. Wir schauen uns an, wie sehr der Preiskampf mit der Billig-Konkurrenz der Lufthansa-Tochter zusetzt. ÖVP und Grüne gehen in die letzte Sondierungswoche danach die Entscheidung, ob man über eine gemeinsame Regierung verhandelt. Eines der schwierigen Themen auf dem Weg dorthin, die Umweltpolitik. Noch muss sich die Beamtenregierung damit herumschlagen. Sie legt jetzt den nachgebesserten Klimaplan vor, mit dem Österreich seine Klimaziele doch noch erreichen will. Spanien vor den vierten Wahlen in vier Jahren, ob das Land diesmal herauskommen kann aus der politischen Blockade, die Frage an unseren Madrid-Korrespondenten Josef Manola. Und was bleibt von der Terrormiliz IS nach dem Tod ihres Anführers al-Baghdadi? Und der Schuler hat die Auffassung.